Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal mit einem leicht experimentellen Ansatz. Wir schauen uns heute die Reaktion von Finesi auf ein Video von Salami Brötchen an und ich habe die Frage an mich selbst gestellt, ob sie es schaffen kann, mich von ihrer Meinung zu überzeugen. Weil ich denke mal, das ist ja auch immer so ein bisschen der Ansatz von solchem Content, der gegen die ausgesprochene Meinung geht. Und damit das hier auch noch einen sozialen Aspekt bekommt und ich habe bei ihr halt schon gesehen, da wird für Löwenanteil geworben und für irgendeine Tastaturfirma, hast du nicht gesehen, mache ich jetzt auch mal Werbung. Ich bin auch Influencer, bei Heinrichs Handgemachtes, wenn ihr da schon mal was bestellt habt, Sticky Bees oder eine Pinnwand, dann habt ihr jetzt gerade die Möglichkeit, nochmal 10% zu sparen mit dem Code Omen10. Nee, Quatsch, mit dem Code Liebe10 wegen dem Valentinstag. Das funktioniert, glaube ich, auch, wenn du schon mal was bestellt hast mit dem Rabatt Neu10. Also habe ich ja auch des Öfteren angesprochen, dass man mit Neu10 auch 10% sparen kann und so könntet ihr euch jetzt theoretisch nochmal eine Pinnwand holen mit 10% Rabatt. Sollte man nutzen, wenn man eh darüber nachdenkt, da vielleicht was zu kaufen. Ich kriege für diese Werbung übrigens kein Geld, bin einfach nur Gruppenleiter in dieser Werkstatt für beeinträchtigte Menschen und versuche, das soziale Projekt ein bisschen hochzuleben und zu unterstützen. Im Prinzip mal was Sinnvolles zu machen mit dem, was ich hier alles anstelle. Gut, gehen wir rein, ich bin gespannt. Hey YouTube, wir schauen jetzt. Sie will sich nicht beim Dating outen von Salami. Ich habe sehr starke Befürchtungen, dass das ein ziemlich übles Video wird. Allein schon, wenn ich in die Beschreibung lese, die Influencerin wird verlassen, weil sie sich nicht geoutet hat und heult dann rum und beschuldigt ihren Datingpartner als intolerant. Was alles dahinter steckt und wie diese Situation zu bewerten ist, erfahrt ihr in diesem Video. Ich glaube nicht, dass ich sehr krass erfahren werde, wie diese Situation zu bewerten ist von einem weißen Hedrozisman, aber wir werden das einfach mal sehen. Okay. 30 Sekunden. Das Originalvideo hat noch nicht angefangen und sie hat direkt schon eine sehr, sehr... Vorgestellte Meinung. Das kann echt Mist sein. Also für einen selbst. Auch in anderen Lebensbereichen, wenn du schon negativ an Sachen rangehst, dann wirst du auch mehr Negativität sehen und hast am Ende halt eben überhaupt gar keine Möglichkeit, mit dieser Negativität irgendwie konstruktiv umzugehen. Und dann haben wir dann da zwei Menschen, die sich gegenseitig den Rücken zudrehen und sagen, nee, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Aber so kommen wir ja keinen Schritt weiter. Und das wäre ja, denke ich mal, eigentlich das, was sinnvoll wäre. Und ich bin jetzt gerade hier unbeteiligt. Ich habe das Original von Salamibrötchen nicht gesehen, kenne aber so einigermaßen die Grundthematik, kenne dieses Werk hier nicht, sondern nur zwei Minuten von Tobias Huch, wer auf dieses Video hier reagiert hat. Fand ich auch nicht so töfte. Und ich habe auch meine eigene Meinung zu Thema Trans und Dating und ob ich mit einer Transperson daten würde, nicht daten würde. Aber da gehen wir dann vielleicht im Laufe des Videos noch drauf ein. Aber das waren jetzt die ersten 30 Sekunden. Ich habe ein bisschen Angst. Es wird ein wildes Video. Ich hatte das viel zu viel auf meiner For You-Page und mich hat das so genervt, das Lied. Krass. Okay, wir sind jetzt bei 48 Sekunden und sie nervt sich sogar selbst an dem Mini-Einspieler. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann jetzt auch ein Zufall sein. Muss es aber nicht unbedingt. Weiter geht's. Ein großes gesellschaftliches verbotenes Thema und zwar Transpersonen und ob sie sich beim ersten Date direkt oder ganz am Anfang in der Datingphase direkt outen müssen als... Nein, müssen sie nicht. Also eigentlich kann ich das schon ein bisschen vorweg nehmen. Nein, Transpersonen müssen sich nicht daten direkt. Man muss auch nicht erzählen, was für Operationen man hat oder irgendwas. Es geht am Anfang erstmal ums Kennenlernen und nicht um... Oh ja, ich muss jetzt von allen meinen Operationen erzählen. Das müssen ja Cis-Menschen auch nicht. Also keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man halt beim ersten Date vielleicht einfach nicht erwähnt und nicht erzählt. Und die zweite Sache ist, wenn man trans ist, warum ist das wichtig für die Person gegenüber, außer sie ist transfeindlich? Weil, wenn es dir nicht auffällt beim Dating, warum ist es dann wichtig? Naja, für den weiteren Kontext so... Interessant, okay. Also hier wird, ich denke mal, Finessi und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Da muss ich jetzt auch nicht mal unbedingt auf meine drauf eingehen. Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen eigene Kinder. Unter eigenen Kindern verstehen sie Kinder, die von der Frau ausgetragen werden. Oder die von den zwei Partnern halt eben ausgetragen werden. Da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen zu. Dann gibt es Menschen, die wollen kategorisch halt eben nicht mit Transpersonen zusammen sein. Die gibt es auch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder für sich werten. Das ist ja auch ein Streitthema im Internet durchaus. Tja, aber da gibt es durchaus Gründe. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Personenkreis direkt transfeindlich ist. Damit nutzt du das Wort sehr, sehr heftig ab. Ich kenne da Beispiele von TikTok noch. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Usernamen, aber ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das war auch eine junge Dame, auch eine Transfrau. Die hat Videos gemacht, wie die einfach durch die Stadt gelaufen ist. Ich glaube, das war Frankfurt oder sowas. Und sie war halt erkenntlich eine Transfrau. Und hat es halt gesehen. Ich versuche das jetzt nicht irgendwie zu verschillen, sondern erzähle einfach so, wie es ist. Und die hat mit der Kamera draufgehalten, wenn sie angegangen wurde von irgendwelchen Rendos, von Passanten. Da sind Leute hinterhergelaufen. Leute haben sie angespuckt, haben sie abgeschmissen mit Flaschen und so einem Scheiß. Und das sind für mich Transfeinde. Das sind Menschen, die auf Grundlage von Äußerlichkeiten, die man jetzt so sieht, oder sei es von mir aus auch die Stimme, die man dann hört, die dann aktiv werden, die aggressiv werden. Und da ist Aggression Sprache, hinterherlaufen, spucken. Das sind alles Aggressionen. Und das ist wirklich ein großes bestehendes Problem in unserer eigentlich heute doch so weit, in Anführungsstrichen, aufgeklärten Gesellschaft. Da muss dran gearbeitet werden. So nicht, ob jetzt zwei oder mehr Privatpersonen miteinander daten oder nicht daten und ob das jetzt... Aber gut, okay. Wäre jetzt so meine Frage. Natürlich, wenn man dann länger zusammen ist oder sowas, ist das nicht sicherlich eine Sache, die halt rauskommt oder über die man redet, weil es halt zum Leben dazugehört. Aber beim Dating sehe ich es nicht als wichtig. Keine Ahnung warum. Na gut, wegen den von mir eben angeführten Gründen. Kann das für Menschen wichtig sein oder nicht wichtig sein? Interessant. Also ein sehr, sehr straffes Standing hier. Und ja, mir ist bewusst, ich wage mich so dicht an die Cancel-Grenze dran, aber let's go. Oh Gott, Cancel-Grenze. Wenn du schon Cancel-Grenze sagst, weißt du, woher dieser Person da kommt? Wir reden drüber. Na gut, aber das Wort Canceln wird ja genutzt. Das kam sogar gerade eben in dem Chat von Finesi vor, dass man ihn nicht einfach canceln sollte. Können wir den bitte canceln? Steht da faktisch, also... Hat heute eine Influencerin, die selbst Male-to-Female-Trans ist... Übrigens auch eine Bezeichnung, die ich nicht cool finde, Male-to-Female, weil es ist Female-to-Female. Man verwandelt sich nicht irgendwie von männlich zu weiblich, sondern ist weiblich und gleicht gegebenenfalls den Körper an. Und ist aber halt Female-to-Female. ... ein Video gemacht und sich sehr über ihren Typen, also ihren letzten Dating-Typen aufgeregt, weil der sie verlassen hat. Ich weiß es nicht irgendwie. Ich habe eine Vermutung, und das meine ich nicht abwertend oder böse, dass der Wirkungskreis von Finesi, ich spare jetzt extra mal das Wort Bubble aus, möchte ich jetzt hier nicht so immer wieder benutzen, das Wort, dass die auf einem Standpunkt sind. Und dass deswegen so Sachen wie das gerade von Male-to-Female, Female-to-Male, da bin ich als Außenstehender komplett raus, warum das denn jetzt negativ, warum das jetzt schlecht oder schlimm ist. Es wird aber wiederum Menschen geben, die sagen, nee, liebe Finesi, man geht ja von Mann zu Frau durch XY, hast du nicht gesehen. Ich glaube, dann geht es dann ja auch wieder um diese Diskussion von Zweigeschlechtern, gibt es mehr wie Zweigeschlechter. Ich stelle mir da immer mehr die Frage, ob wir diese Themen wirklich als dahergelaufen, ich drücke es jetzt mal so flapsig aus, als dahergelaufene Privatpersonen, die sich vielleicht aktiv zeigen, ob wir das da so beantworten können, ob wir da die zu heranziehenden Experten für sind, oder ob wir einfach immer nur unsere Meinung sagen, die eventuell in unserem Wirkungskreis etabliert ist, aber das als Fakt darstellen. Keine Ahnung. Dabei habe ich gedacht, das wäre jetzt gar nicht so extrem hier. Weil er herausgefunden hat, dass sie trans ist. Und das schauen wir uns heute an. Ja, was auch schon ein bisschen transfeindlich ist, ne? Okay, also es ist transfeindlich, dann wird es doch ... Weiß ich nicht, ob ich das fühle. Keine Ahnung. Das, was ich eben angemarkert hatte, ist für mich Transfeindlichkeit. Wenn ich mit jemandem Schluss mache, weil es nicht passt, aus welchem Grund auch immer, ist es eine private Angelegenheit. Natürlich wird das in der heutigen Zeit ins Internet getragen. Es wird ja gefühlt alles ins Internet getragen. Aber es ist und bleibt eine private Angelegenheit. Und dann ist das so. Und ich stelle mir da auch die Perspektivfrage, wenn ich jetzt die Person wäre, die aus welchem Grund auch immer kategorisch ausgeschlossen wird, im Nachhinein, möchte ich dann gedanklich mit so einem Menschen überhaupt noch zusammen sein, der mich da ausgeschlossen hat, wegen Grund XY? Keine Ahnung. Ich soll jetzt auch nicht die Sachen abwerten, die Menschen durchmachen, die halt eben trans sind und so durchs Leben gehen. Aber ich bin halt eben beeinträchtigt und das sichtbar, wenn ich jetzt kein T-Shirt an habe. Das ist halt eine nicht zu kleine körperliche Stelle, wo man sieht, dass ich da was habe. Und es gibt Menschen, die finden das eklig, wenn sie das sehen. Deswegen gehe ich auch nicht in mein Schwimmbad. Das ist halt nicht mehr so schön. Eigentlich könnte es mir egal sein. Eigentlich. Aber gut. Und wenn ich jetzt auf Grundlage dessen kategorisch bei jemandem rausfliegen würde oder er würde da irgendwas drüber sagen, so ey, eigentlich will ich nicht, deck mal ab oder verekle ich, dann würde ich mit dieser Person ja auch nicht zusammen sein, um diesen gedanklichen Kreis mal zu schließen. Naja, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber um es nachfühlen zu können. Wenn man eine Person, mit der man sich eigentlich gut verstanden hat, dann einfach rausfindet, dass sie trans ist und deswegen Schluss macht, ist man vielleicht einfach transfeindlich? Weiß ich nicht. Es würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was Finesi zu meinem Beispiel sagt. Also mit meiner Narbe, die halt eben auf dem Rücken ist. Das ist eine sehr, sehr lange Narbe, durch eine Skoliose-Operation entstanden. Die sieht auch nicht wirklich schön und nicht ansehnlich aus. So und wenn ich jetzt, ich meine, ich bin glücklich und so mit meiner Beziehung, aber gehen wir mal in diese gedankliche Ebene rein. Ich wäre jetzt hier voll in der Dating-Phase und da redet man ja dann auch nicht beim ersten, beim zweiten oder beim dritten Date drüber, dass man da was am Rücken hat, sondern kommt das dann halt irgendwann raus, wenn man dann zufälligerweise mal kein T-Shirt anhat bei einer gewissen Aktivität und die Person berührt das und ekelt sich total weg und sagt so, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Dann würde ich das nicht als feindlich ansehen, sondern einfach als, ja, die Person kann mit diesem Fakt nicht und ich kann daran nichts ändern. Das ist, wie es ist und dann passt es halt nicht. Und ich hätte dann ehrlich gesagt auch kein erweitertes Interesse mehr an dieser Person, die kein Interesse mehr an mir hat auf Grundlage von einer Eigenschaft, die ich körperlich halt einfach mitbringe. Und so mache ich halt einen Deckel auf das Thema, wenn ich ehrlich bin. Gemeinsam an und gehen der Frage nach, muss sich eine Transfrau oder ein Transmann direkt beim ersten Date oder ganz am Anfang in der Kennenlernphase outen? Nein. Und mit der ganzen Sache rausrücken? Ich habe mit jemandem geschrieben, der hat dann rausgefunden, dass ich trans bin. Wir haben jetzt so viele Menschen hier in dem Video. Ich habe mich dann abserviert, was auch immer. Hat mir dann aber noch den freundlich gemeinten Tipp auf den Weg gegeben, dass ich doch einfach direkt sagen soll, dass ich trans bin. Okay, das ist jetzt das, was ich meine mit alles ins Internet tragen. Da gibt es übrigens auch einen englischen Begriff für das, was ich hier mache. Ich mache nämlich eigentlich auch was ganz, ganz Böses, wenn man sich da in sehr aktiven Kreisen bewegt. Tone Policing wurde mir mal entgegengeworfen. Aber ich bin der Meinung, dass sowas hier eine private Geschichte ist, die privat bleiben sollte, weil sie im schlimmsten Falle die Ansicht von sehr, sehr vielen Menschen negativ beeinflusst, jetzt im Bereich Trans und Dating. Und wir alle wissen, dass das keine positiven Benefits gibt, auch nicht im Kommentarbereich. Ich habe auch bei Finesse hier im Kommentarbereich gesehen. Die Leute streiten sich, zacken sich, aber es entsteht kein neues Standing, nichts, rein gar nichts. Und das finde ich schade, weil ich es als wichtiges Thema ansehe, was besprochen werden will. Das muss besprochen werden im Internet. Aber gut, okay, weiter. Selbstlos. Also, übrigens mit diesem, dass man sagt, dass man trans ist, kann es übrigens auch sein, dass man in gefährliche Situationen kommt, zum Beispiel aufgrund halt von Diskriminierung und Transfeindlichkeit. Das kann natürlich zu Gewalt kommen. Und das ist natürlich auch was sehr Gefährliches. Ja, aber jetzt macht sich aber gerade hier irgendwie was ganz Komisches auf. Wenn du ja jetzt mit einer Person intim oder intim werden willst oder dich irgendwie treffen möchtest, date, whatever, bin ich nicht so firm drin. Und du sagst dann, dass du trans bist und hast dann Angst oder gehst dann davon aus, dass es zu Aggressionen kommen sollte, könnte, dann ist das ja direkt der falsche Typus Mensch, mit dem du dich da getroffen hast. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so durchgehen lasse. Aber ja, es ist faktisch richtig. Es gibt heute auch in Deutschland sehr, sehr viele intolerante Menschen, die dann aktiv zur Tat schreiten und Aggressionen teilen. Eintens ist es was sehr, sehr Persönliches. Und auch gegebenenfalls irgendwelche Operationen und sowas sind einfach sehr, sehr persönlich. Und das muss man ja nicht beim ersten Date sagen. Ich finde es auch komisch, also auch eine Cis-Person sagt ja nicht beim ersten Date. Ja, ich bin übrigens Cis. Warum muss da eine Trans-Person das machen? ... von ihm nicht wahr, dass er mir einfach nur weiterhelfen möchte. Viel Spaß. Ich kann mir tatsächlich hier die Antworten schon vorstellen. So, ja, die sind ja normal. Das ist das mit diesen unterschiedlichen Meinungsbildern, was ich jetzt eben angesprochen hatte. Sie sagt jetzt hier, das sagt eine Cis-Person ja auch nicht, warum soll das da eine Trans-Person sagen? Und für diesen Meinungskreis ist diese Aussage durchaus tragbar, realistisch und nachvollziehbar. Gehst du jetzt vielleicht in die Richtung von Salamiprötchen, gibt es im schlimmsten Fall die Nachfrage oder die Aussage, ja, aber die müssen ja auch nichts sagen. Die sind ja, wie die sind. Die sind ja normal. Und auch die Aussage wird mitunter wahrscheinlich dann wieder als transfeindlich gewertet. Und so merke ich immer mehr, dass wir da nicht auf den grünen Ast kommen. Schwieriges Thema. Es ist halt auch nur relevant, wenn man irgendwann zur Familienplanung kommt. Auch da ist es ja irrelevant, weil es gibt halt auch Cis-Frauen, die keine Kinder bekommen können oder möchten. Und das ist tatsächlich leider durchaus Entscheidungsgrund, Trennungsgrund, wenn eine Familienplanung angestanden hat. Und das ist ja nicht nur bei Cis-Frauen, ich benutze den Begriff jetzt auch, ich bin modern, sondern auch bei Cis-Männern die Möglichkeit, dass die Spermien nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und ich bin da tatsächlich ganz ehrlich froh drum, dass ich frei von diesen Wünschen bin, dass ich da gar keine Kinder haben möchte. Aber für viele ist das ein sehr, sehr emotionales und wichtiges Thema, eigene Kinder zu haben. Eigene in Anführungsstrichen. Ja, das gibt es durchaus. Ich weiß nicht, hier wird zu schnell mit dem Bügeleisen drüber geklettet. So, nee, das ist nicht... Finessi, du musst dich auch ein bisschen in die anderen Leute reinversetzen, wenn du wirken willst, wenn du etwas bewirken willst. Und das, was jetzt hier gerade in den ersten drei Minuten 57 passiert ist, da merke ich halt ganz viel, dass du in deinem Wirkungskreis fungierst. Aber nicht darüber hinaus. Weil man auch nicht erwarten kann, dass eine Person für alle Menschen spricht. Das muss man auch dazu sagen. Und nun eine Frage von möchten wir Kinder, okay, um welchen Weg geht es? Also es ist keine Frage, ob du trans bist, sondern kannst du Kinder austragen oder nicht? Nicht? Okay, dann brauchen wir einen anderen Weg. Sie halten sich die Meinung. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die das direkt am Anfang wissen wollen, weil es für sie halt ein Ausschlusskriterium im Datingbereich ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, wie sie zum Beispiel. Ja, aber warum ist das beim Dating für dich ein Ausschlusskriterium? Und wenn du dich die Frage stellst, könntest du vielleicht zu einem Ergebnis kommen, warum das manche als transfeindlich sehen? Manche, okay, hier bekräftigt sie es dann nochmal. Manche sehen es als transfeindlich an, manche eben nicht. Das freut mich, dass so eine Aussage getroffen wurde. Ja, ich gehe mal davon aus, die meisten werden es einfach annehmen als, okay, dann passt es halt einfach nicht. Ich habe nur immer diese, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe keinen Bock mehr auf das Video. Ich merke einfach nur, wie wieder Mauern aufgebaut werden, Brandmauern aufgebaut werden. Das ist so fucking schade. Ich will es mir nicht mehr angucken. Keine Ahnung. Ich finde es traurig. Ich finde es traurig, und das ist ein abschließendes Wort von mir, dass das alles ist, was ich in meiner Bubble so mitbekomme, was so abgeht. Und als würden zwei Parallelmeinungen aufgebaut werden. Und die werden mit Waffen verteidigt. Und da können wir gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit die Kommentare von Finesi moderiert sind, aber die Like-Anzahl spricht da schon mal ein bisschen für sich. Da gibt es immer den kleinen Trick. Neueste zuerst. Also jetzt einmal nur, dass ich es nicht mehr aushalte. Ich finde beide Seiten absolut unnötig. Beide wirken mindestens leicht arrogant. Reden von Gefühl her von oben herab. Meine Attitüde, als wäre der andere ein Idiot oder zu blöd irgendwas zu begreifen. Es wirkt nicht wie eine sachliche Auseinandersetzung mit den Aussagen und Argumenten des anderen am besten und voreingenommen. Fühle ich. Gab es echt viele Hot Takes, mit denen sich Finesi echt keine Freunde gemacht hat. Wildes Video, wilde Meinung. Top Video, Finesi. Wenn du schon mal darauf reagierst, wäre das Mindeste, wenn du das Originalvideo in deiner Beschreibung verlinkst. Ist mir auch aufgefallen, dass sie ihn nicht verlinkt hat. Daumen nach oben. Ich als weiße Cis-Hedro-Frau erlaube mir, die Meinung zu bilden, dass das, was man ziemlich unfairen Druck auf Personen ausübt. Krass, das sind ja gar nicht so viele Kommentare, ne? 169. Über den kannte ich schon. Trap-Rhetorik ist doch seit Jahren veraltet. Da gibt es nur den Smiley mit dem Gesicht und der Hand. Angeblich kann doch Trans jeder immer erkennen. Trans Pride. Okay, das ist noch interessanter. Es gibt sau viele negative Bewertungen und sau wenig negative Kommentare. Das ist ein bisschen merkwürdig. Entweder waren die Leute schreibfaul oder da wurde doch ein bisschen was weggemacht und wahrscheinlich noch nicht mal von Finesi selber, sondern höchstwahrscheinlich durch den Filter von YouTube. Bei mir werden auch manche Kommentare da einfach rausgefiltert, wenn blöde Worte drinstehen. Abschließende Meinung dazu. Ich werde mir, wenn, wahrscheinlich nochmal irgendwann ein vorgeschnittenes Video von Finesi anschauen. Also was ich selber vorher zusammengeschnitten habe, wo es um ein Thema geht und ich dann wahrscheinlich auch wieder nur über das vernünftige Miteinander spreche. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Themen wie transphobes Verhalten im weiteren Sinne Gewalt gegen Menschen halt so platt gebügelt wird mit einem Dating-Thema, was für mich, vielleicht werte ich das auch falsch, vielleicht ist das das Thema, was jetzt brandwichtig ist, aber dass das halt so auf eine Stufe gestellt wird. Du bist transphob, wenn du mit einer Person Schluss machst, weil du sagst, ich möchte nicht mit einer Transperson zusammen sein, das ist das eine, oder ich bespucke jemanden und werfe ihm mit Flaschen ab, was für mich halt viel mehr in den Fokus gerückt werden sollte. Gut, Finesi hat es jetzt hier in dem Sinne nicht in den Fokus gerückt, sie hat reagiert auf einen Beitrag von Salami. Aber ich finde auch da sollten so Leute wie Salami, Tobias, Stay, Dekadent, solche Extrembeispiele ruhig mal gerne nach vorne holen. Ich bin dafür noch viel, viel zu klein, vielleicht werde ich irgendwann mal groß genug, um das Brandglas bei solchen Themen anzusetzen. Das müssen wir schauen, das bringt dann erst die Zeit. Bei TikTok hat es damals tatsächlich auch recht gut geklappt. Komm, machen wir gerade noch so ein bisschen Erinnerungstalk. Ich hatte ja auf TikTok damals doch tatsächlich eine recht große Internetpräsenz. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Und da gab es dann halt, wie gesagt, was ich eben in dem Video schon mal kurz erwähnt hatte, die eine Dame, die das dokumentarisch festgehalten hat, wie mit ihr umgegangen worden ist. Jetzt haben wir es. Und ich hatte eine Reaktion auf dieses Video gemacht, wo sie gefragt hat, was man dagegen machen soll. Dann war das halt so ein Zusammenschnitt aus mehreren kurzen Clips, wie sie angegangen wurde. Dann habe ich aus Spaß halt eben, sie war auch oft so pink kleidet, so ein bisschen auffällig, die ist das. Da habe ich so einen pinken Schlagstock rausgesucht, zwei Pitbulls mit pinkem Halsband und sowas, was man dagegen halt eben machen kann. So Items, Notfall-Items, pinkes Pfefferspray, hast du nicht gesehen. Und das, was in dem Kommentarbereich abgegangen ist, war viel interessanter. Weil ich war davor, für viele einfach nur der Dude, der irgendwelche Drogenvideos hochgeladen hat. Oder allgemeine Meinungen zu gewissen Aussagen im Internet. Und weil ich mich vorher so als, ich sage mal, schwarzes Fähnchen, der Typ, der immer schwarz gekleidet ist, der immer eine Maske anhat, weil ich mich in dem Punkt positioniert habe, gab es in den Kommentaren sehr, sehr viele Menschen, die wahrscheinlich, das konnte man so ein bisschen rauslesen, mal über ihre eigene Meinung nachgedacht haben, dass das ja nicht geht. Und das, was die Leute ansonsten, wenn wir halt hier so Themen immer wieder groß machen und breit treten, wenn wir das hochleben, was da ankommt, das ist dann, boah, hier, die blöde Finessi. Immer nur am Rumkrakehlen. Und das meinen die Leute noch nicht immer böse oder sowas, sondern ihr müsst euch als YouTuber vorstellen, das sind ganz normale Menschen, die gehen arbeiten und die haben einen stressigen Alltag und dann wollen die sich vielleicht noch ein bisschen Content anschauen und ich meine damit noch nicht mal den Content, den Finessi selber macht, sondern der Content, der schlussendlich aus Finessis Content gemacht wird. Ja, und das ist das, was dann bei den Leuten hängen bleibt, die sich vielleicht nicht großartig mit den Themen Trans oder Sonstiges auseinandersetzen wollen und das dann nur so beiläufig tun und dann so ein negatives Gefühl bekommen. Passt immer darauf auf, was ihr sagt, wie ihr etwas sagt und geht davon aus, dass das, was ihr im Internet irgendwo hochladet, dass das auch bei jemand anderem noch mal in einem anderen Kontext hochgeladen werden könnte. Das ist der Grund, warum ich versuche, meine Sprache so weit wie nur eben möglich zu entkräften, was Aggressionen oder Sonstiges angeht. Ich fühle auch diese künstlichen Ausröster im Internet einfach nicht. Gut, jetzt ist der Redebedarf von mir für heute gestillt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach diesem Video als Transfeind eingestuft werde oder nicht. Ist mir auch relativ egal, wenn das auf Grundlage meiner Aussagen passieren sollte. Ich weiß, was ich für eine Meinung habe. Ich weiß, dass ich es scheiße finde, dass es echte Gewalt gibt. Und da unterscheiden wir, wie gesagt, nicht zwischen Handgreiflichkeiten, anspucken, hinterher schreien. Alles, was irgendwie aufdringliches Grundverhalten ist, gehört sich nicht. Und gut ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Esst Haferflocken und seid nett zueinander. Oh mein Gott, wir haben uns gerade mal vier Minuten 28 von dem Original angeguckt. Adios.